Hallo, mein Name ist Sören und ich bin der andere geschäftsführende Gesellschafter von Recomotion. Mein Bereich ist das Thema Kreativität und Videoproduktion. Insbesondere kümmere ich mich darum, die Drehbücher zu erstellen, Ideen zu generieren, Kameraarbeit, aber auch der Schnitt von Videos. Am meisten Spaß macht mir das Kreieren von Ideen und eigentlich alles im Bereich Production, also komplett am Set arbeiten, schauen, wie sieht es aus, wie kann ich es bestmöglich umsetzen, in Szene setzen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Recomotion ist ein kleines Kofferwort und zwar aus Recognition und Motion Pictures, also das heißt Bewegtbild und Wahrnehmung und daraus kam dann halt Recomotion und unser kleiner Claim, Recognition through Emotion, bedeutet eigentlich nichts anderes, als wir der Meinung sind, dass man Emotionen nicht besser transportieren könnte als über das Bewegtbild. Meine Stärke ist, glaube ich, Kreativität und Spontanität. Bewegtbild.